Also mal ehrlich, hättest du mir erzählt vor einem Jahr, dass ich mich irgendwann mal mit so einer 3D-Brille vor den Fernseher setze, hätte ich dich wahrscheinlich ausgelacht. Aber jetzt gibt es da so eine Explore 3D-App. Da habe ich neulich eine Dokumentation über die Entstehung Tahitis gesehen. Da gab es eine Animation, da flogen die Planeten so durchs Weltall und direkt bei mir durchs Wohnzimmer. Sagenhaft! Untertitelung des ZDF, 2020